Servus Leute und herzlich willkommen zum Video von unseren Top 10 Realismus Mods im LS22. Wenn es euch natürlich gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, einerseits für den Algorithmus und andererseits auch, dass ihr keine neuen Videos etc. verpasst. Außerdem könnt ihr auch gerne mal bei unseren Mitgliedschaften vorbeischauen, damit unterstützt ihr nicht nur uns, sondern ihr könnt natürlich auch selber davon profitieren, aber wie gesagt, schaut es euch einfach mal selber an. Im Vergleich zum letzten Mal werden wir euch diesmal alle Mods auf unserer Website verlinken. Dazu findet ihr natürlich auch den Link in der Videobeschreibung. Aber wollen wir gar nicht weiter lang rumlabern, sondern wir fangen direkt mal mit Platz 10 an. Auf Platz 10 hat es von uns der Mod Dashboard live geschafft. Dieser ermöglicht es euch, sämtliche Informationen auf eurem Bordcomputer anzuzeigen, wenn euer Traktor oder euer Selbstfahrer das unterstützt. Ein paar Traktoren haben wir natürlich für euch auch auf unserer Website verlinkt. Mit Dashboard live könnt ihr dann entweder den Ladewagen, das Gülle fahrst oder den Status des Front- und Heckkrafthebers anzeigen lassen oder auch zum Beispiel eure Ballenpresse. Aber der Mod kann auch noch mit vielen anderen kompatibel sein, wie zum Beispiel GPS, VCA, Common Experience oder auch Proceed, was natürlich die Funktion von Dashboard live stark erweitert. Also kann man diesen Mod auf jeden Fall nur empfehlen. Luca hat ihn ja selber auch auf der Dürenrot in seinem Class verwendet. Kommen wir nun direkt auch schon zu Platz 9. Hier haben wir für euch Animal Grazing oder zu deutsch grasende Tiere. Hier wird es möglich, dass eure Tiere auch mal ihre Weide, welche bisher nur für den Auslauf genutzt wurde, auch mal abgrasen können. Aber passt auf, wenn die Weide zu groß ist, ist auch irgendwann das maximale Futter im Stall überstiegen und ihr könnt dann kein weiteres Futter mehr hinzufügen. Somit können sich eure Kühe nur noch von Gras ernähren. Damit ihr euren Blinker nicht immer manuell ausmachen müsst, haben wir für euch auf Platz 8 den automatischen Blinkerstopp. Wie schon gesagt, ganz simpel, aber doch sehr hilfreich. Wenn ihr den Blinker vor der Kurve setzt, müsst ihr ihn ja normalerweise wieder ausmachen. Mit diesem Mod passiert das automatisch. Also wirklich sehr hilfreich. Jetzt müsst ihr zwar etwas weniger machen, wollt aber mehr an eurer Sälemaschine machen, dann haben wir auch dafür den richtigen Mod. Das ist in diesem Fall Proceed. Dieser Mod gibt euch die Möglichkeit, Fahrgassen zu erstellen oder auch die Sälemaschine halbseitig abzuschalten. Aber ihr könnt auch die Unterfußdüngung deaktivieren. Zudem könnt ihr mit Proceed tracken, wie viele Hektar ihr in der Stunde macht beziehungsweise wie viele Hektar die Sälemaschine insgesamt schon gelaufen ist. Auf unserem Platz 6 der Top 10 Realismus-Mods ist bei uns die Erweiterung erweitertes Tiersystem. Durch diese Erweiterung kann jedes Tier, je nach Tierart, mehr wie nur ein Tier als Nachwuchs bekommen. Jedoch ist diese wahrscheinlichkeitsabhängig. So kann ein Schwein zwischen 8 und 12 Ferkeln gebären oder eine Kuh kann entweder 0 oder auch bis zu 2 Tiere gebären. Jedoch liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh 2 Kälber bekommt, nur bei 1%. Aber es gibt natürlich auch noch andere Seiten. So wird durch diesen Mod auch in männlich und weiblich unterschieden. Zudem kann ein Stall auch überbelegt werden. Jedoch wirkt sich das negativ auf die Gesundheit aller Tiere aus. Hier sind wir aber nicht am Ende, sondern es gibt noch viele weitere Features, so verschwinden, also sterben eure Tiere auch nach einer gewissen Zeit, welche bei Kühen 25 Jahre beträgt. Alles andere, was der Mod sonst noch so kann, könnt ihr euch auch oben rechts im Mod Hub durchlesen. Kommen wir nun zur Hälfte oder auch Platz 5. Hier gehört unserer Meinung nach der Mod echte Schmutzfarben hin. Dieser bietet euch die Möglichkeit, dass eure Räder nicht immer nur braun sind, sondern auch mal die Farbe anpassen können. So wird beim Gras der Reifen grün oder bei Kall oder Schnee eher weiß gefärbt. Insgesamt verfügt der Mod über 10 verschiedene Farbvariationen. Aber der Mod kommt auch nicht ganz allein, denn zu ihm gibt es noch insgesamt 3 Erweiterungen. Wenn ihr nicht nur sehr gute Realismus-Mods wollt, sondern auch noch einen sehr guten Gameserver, dann könnt ihr doch gerne auch mal bei unserem Partner G-Portal vorbeischauen, denn mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr ganze 10% und das auf alle Gameserver. Worauf wir alle lange gewartet haben, ist nicht nur Platz 4, sondern auch das Menü-System von Wubster, von dem wir alle dachten, dass es aufgrund des Pumps & Hoses DLCs gar nicht mehr kommen wird. Dieses bietet euch nicht nur wie beim Pumps & Hoses DLC die Möglichkeit, die Güllefässer miteinander zu verbinden, sondern auch einen Flüssigdünger IBC-Container mit eurer Spritze zu verbinden und das alles auch noch kostenlos. Außerdem könnt ihr auch die Schläuche mit eurem Gülleranschluss am Stahl verbinden, wenn die nötigen Trigger dafür verbaut sind. Somit ist der Mod natürlich perfekt für alle, die lieber etwas mehr Aufwand haben wollen, aber auch gerne etwas mehr Spielzeit in das Spiel investieren wollen. Zum Beispiel Justin. Kommen wir nun aber auch schon zu den Top 3 dieses Videos. Auf Bronze, also Platz 3, haben wir für uns den Mod Manual Attach. Manual Attach zwingt euch, aus eurem Fahrzeug auszusteigen, um eure Arbeitsgeräte oder euren Anhänger anzuhängen. Und selbst dann ist noch nicht alles getan. Wenn ihr zum Beispiel eine Ballenpresse habt, müsst ihr an diese auch noch die Schläuche sowie die Zapfwelle dran machen. Zudem ist das alles nicht nur optisch, sondern auch mit Funktion belegt. Wenn die Zapfwelle an der Ballenpresse nicht dran ist, geht sie auch nicht an. Wenn die Schläuche an einem Anhänger nicht dran sind, dann wird der Anhänger euch auch bremsen und nicht mit normaler Geschwindigkeit fahren. Für den ersten Platz hat es leider nicht ganz gereicht, aber immerhin für den zweiten Platz. Hier haben wir für euch Mais Plus. Mais Plus ist der Mod, welcher euch euer Spielerlebnis noch einmal erweitert. Dies tut ihr mit Gras-Silage, Mais-Silage, CCM- und auch CCM-Silage, Biertreber- und Biertreber-Silage. Außerdem haben wir Rüben-Nass-Schnitzel und Rüben-Nass-Schnitzel-Silage. Zudem bekommen wir auch noch Ganzpflanzen-Silage oder auch Kartoffelschnitzel. Außerdem kann man durch diese Erweiterung über den Winter auch Rüben und Kartoffeln in ein Fahrsilo kippen und abdecken. Oder dass man Gras mehr verwenden muss, damit es zu Heu wird und noch vieles, vieles mehr. Aber bevor ich es vergesse, Mais Plus bringt auch noch insgesamt 5 Gebäude mit. Zu allem gibt es auch noch eine Erweiterung, welche die Fütterung von den Tieren etwas komplizierter macht, indem sie dort Mais Plus implementiert. Aber das dann vielleicht in einem anderen Video. Nun kommt das, worauf wir alle gewartet haben, wenn ihr nicht gespult habt. Unserer Meinung nach der beste Realismus-Mod, der zudem nicht nur für den PC, sondern auch noch für die Konsole verfügbar ist. Kommelwirbel. Und das ist für uns ganz sicher das von Giants zur Verfügung gestellte DLC-Precision-Farming. Dieses fügt uns natürlich auch noch diverse neue Funktionen hinzu. So haben wir Pflanzensensoren und diverse Gameplay-Mechanics für dynamische Ertragssteigerung und Pflanzenschutz. Diese helfen euch dabei, Saatgut, Kalk, Dünger, Herbizid, Kraftstoff und letztendlich Geld zu sparen. Dadurch senkt ihr automatisch auch die Umweltbelastung eures Betriebs. Ein neuer Precision-Farming-Tab im Spielmenü liefert euch alle Informationen, die ihr zur Steigerung eures Ertrags und auch für die Kontrolle über eure Finanzen und euren Hof benötigt. Eine Karte mit speziellen Filtern zeigt euch den Zustand des Bodens eurer Felder an und jede Aktion spiegelt sich in der Übersicht zur wirtschaftlichen Analyse wieder. Währenddessen zeigt euch die Umweltbilanz an, wie umweltfreundlich euer Betrieb ist, basierend auf reduzierter Bodenbearbeitung, Stickstoffwerten, Unkrautbekämpfung mittels Spot-Spraying-Technologien und weiteren Faktoren. Und ist somit auch auf jeden Fall einen Blick wert. Womit wir nun aber auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen sind. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne noch einen Teil 2 möchtet, dann liked auch gerne das Video und bei 2500 Aufrufen kommt auch dann schon der nächste Part. Schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, was eure Top 10 Realismus-Mods sind und zu welchen Themen wir auch noch ein Top 10 Video machen sollten. Verwendet auch gerne bei Giants unseren Partner Coach Eber, mit dem ihr uns super unterstützen würdet. Vielen Dank für den Support und ciao Leute! Vielen Dank für's Zuschauen!